Ja, klasse. Also, es gibt wohl doch eine Fähigkeit meditieren. Als Seher kann ich irgendwo meditieren. Gucken wir erstmal, ist das alles Seher? Pyromaner, Nebelwand, Wandbombe, Meditieren. Aha, das kriegt man doch nicht raus. Also, das kriegt man doch nicht raus. Das ist das, Meditieren. So, jetzt habe ich meditiert und nur... Jetzt soll hier irgendwo ein X markiert sein, oder? Na los, komm, hoffet ja. Aber nicht schon wieder runterspringen. So, meditieren wir. Ne, ich muss nochmal... Ich wäre verrückt hier. Jetzt weiß ich endlich, wie Meditieren geht, aber nichts ist passiert. Bis zum Morgen meditieren wird ein X mein Versteck kennzeichnen. Ein X. Ja, was denn für ein X hier? Da? Ne. Ne, oder? Ist das ein X? Da hinten vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Aber es könnte sein, dass der hier immer nicht hoch will. Jetzt soll. Ist das X noch da? Ja, da hinten ist das X. Zwischen den Palmen und... Na, mal sehen, ob das stimmt. Gehen wir mal da hin. Ich glaube zwar nicht, weil wie ein X sieht das mir nicht aus. Aber wer weiß das schon. Hallo? Einfach abgestürzt. Also das... Hatte ich auch noch nicht. Und da sind wir nach dem Absturz zurück. Ach, wie ist das schön. Und die Markierung ist weg, oder? Naja, wir sind ja... Klar, der hat gespeichert. Und wir sind an dem... Aha. Der hat das letzte Mal an dem Banditenlager gespeichert. Okay, also nochmal zurück. Da, zum Bug. Jetzt weiß ich endlich, wie man meditiert. Auf dieses... Optionen... Auf diesen kleinen Optionen-Button, oder was ist das? Menü-Button. Gedrückt halten. Und dann fängt er an zu meditieren. Ja, nach zwei Jahren... Abstinenz... Origins... Abstinenz... Wissen wir sowas natürlich nicht mehr. Das ist ja logisch. Ja, das Ding ist weg. Irgendwo da drüben war es. Okay, dann meditieren wir nochmal. Bis zum Morgen. Zack. Und da ist das Kreuz wieder. Ich hoffe mal, das ist jetzt wirklich auch das Gemeinde. Und jetzt nicht wieder abstürzen. Bitte. So, und hier soll jetzt ein Papyrus sein. Und... Papyrus-Rätsel gelöst. Das ist Jagdbogen. Aha. Das war eine schwere Geburt mit dem Rätsel, du mein lieber Scholli. Aber wir haben es rausgefunden. Zeig mal her. Haben wir es wirklich gelöst? Wir haben es gelöst. Jetzt fehlt uns nur noch... ...die Quattara-Senke. Und dann das Ding. Da weiß ich noch gar nicht, wo das sein soll. Und dann... Na gut, wir finden vielleicht auch noch ein paar Papyre. Wir haben ja noch nicht alles entdeckt. So. Wo machen wir denn mal weiter? Mann, jetzt muss ich aber echt viel schnippeln und machen und tun. Äh, das mit den Bildern habe ich doch auch rausgefunden gehabt, wie das ging. Fotos verbergen. Ne. Warte, warte, warte. Alle Symbole. Fotos verbergen. Jetzt sind sie weg. Genau. So, hier unten war ja nichts weiter. Boah, das war eine echt schwere Geburt. Gehen wir mal wieder zurück. Waren hier oben das letzte Mal? Da ist ein Froggy-Zeugchen. Wie komme ich da am besten hin? Vielleicht hier rüber. Piretonian, zack. Dann gehen wir mal... Hier haben wir alles, ja. Hier hoch. Da ist bestimmt auch noch mehr. Da entdecken wir vielleicht zwischendurch noch irgendwas. Mal sehen. Auskommen. Immer, immer springen. Hahaha. Du kannst es. Ich kenne das. Du bist das beste Pferd. Wo gibt... Wie komme ich denn hier hoch? Da drüben ist ein... Ein kleines... Ein Tal. Ein Einschnitt. Eine Schneise. Ja, Schneise klicken. Sonst noch irgendwas hier? Machen wir den C-Nutze. Ne, da kann nichts finden hier. Na los. Ich habe wieder einen Sturm auf. Uah. Und... Ja, jump. Ja, ja. Buddha. Hahaha. Los geht's. Ja, du schaffst es. Komm. Na, noch ein Stück. Og, damas. Ach, Orte zum Ausruhen. Hm. Na, zeig mal her, wo der Ort zum Ausruhen ist. Ach, ihr müsst uns selber finden. Da unten ist was. Hier ist was. Mal gucken, ob hier was zum Ausruhen ist. Hahaha. Erstmal ein bisschen Krawall machen. Halt, da war... Ja, hier war doch irgendwas. Ja, wie komme ich denn da rein? Okay. Hier ist vielleicht was zum Ausruhen. Hier kann ich... ...ausruhen mich. Hm. Findet einen Ort zum Ausruhen. Na, das wird wieder lustig. Gucken wir mal weiter hier. Hier. Nee. Was ist noch da drin? Ach, hier oben. Dieses Dorf wurde endlich von den heiligsten aller Tiere zurückerobert. Wer sich mit diesem Tier verbinde, kann wahre Macht hervorbringen. Hm. Na, da bin ich aber gespannt. Ist hier was zum Meditieren? Hier ist was zum Meditieren. Na? Warum nicht, wenn er meditiert will, ganz so ruhig. Ja? Da passiert da nichts. Das ist doch nur ein Ort zum Meditieren. Finde einen Ort zum Ausruhen. Na, Kätzchen. Was ist denn los? Ja, aber ich habe den Ort doch gefunden. Ja? Ach, interagieren. Na, dann meditieren wir. Ja? Ah, jetzt. Jetzt haben wir den Ort beendet. Na schön. Ein Fähigkeitenpunkt dazu. Hey, jetzt kann man, jetzt kann man hier eine Fähigkeit ausbauen, die ich vor uns machen wollte. Höchstleistung Raserei. Genau, das machen wir. Kann man dann das nächste Ausweichern über. Was haben wir denn hier unten eigentlich alles? Giftpfeile. Giftpfeile. Meister im Luft anhalten. Gunst von Osiris. Materialkäufer. Was haben wir hier? Kampfrausch. Drücke L, um diese Substanz gegen einen arglosen Gegner mit geringer Stufe einzusetzen. Und ihn dazu bringen sich gegen seinen Armel. Okay, Verweserungsgift. Unter dem Ladentisch. Streitwagen Besitzer. Ja, okay, da haben wir noch ganz schön was zu tun. Was kann der dann? Pass ich über den Schaden aller Hilfsmittel um zusätzlich 1%. Also da müssen wir schon noch ordentlich, ordentlich spielen, bis wir so weit kommen. So. Wir gehen dann mal in diese Richtung. Gehen wir hier unten lang und arbeiten uns dann nach oben hoch. Hier, 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 hier. Hier her. Das ist ein schöner Ausgangspunkt. Marmarika. Jump. Okay, also Marmarika. Hoch mit dir. Und jetzt gucken wir mal. Warte mal, sind wir jetzt in Quadras? Ach nee, Marmarika habe ich ja gerade vorgelebt. Also du. Selten doofke. Also. Schatz plündern, dann gehen wir mal hier her. Ähm, wohin? Oh, da hoch. Hm. Na ja. So soll es sein. Und jump, und jump. So, Pferdchen. Im Galopp. Und dann da hoch. Gleich daneben war noch was. Wow. Na los. Halt. Was? Ne, komm. Ich lasse dich in Ruhe und du lässt mich in Ruhe. Ja, ich steige. Du willst mich nicht in Ruhe. Aber zweier gleich. Hallo, steh auf. Mann. Oh, Pferdchen sogar. Ja, ist ja gut. 48, sendee. Und? Kettenwurf geht? Ne, hab nicht. Oder ich hab nicht getroffen. Noch einer. Was ist denn hier los? Na, hallo. Na, komm schon. Boah. Die waren ordentlich. Die haben mich ganz schön zum Schwitzen gebracht. Die Jungs und Mädels. Und jetzt sind nochmal Löwen. Ah, ist ordentlich. Kein Schatz. Vier Stück. Kann ich mich da auch anschreiten? Na, König. Ah, komm dran hier. Ja. Na ja. Ihr teilt alles ordentlich. Taktaktakt. Nicht wieder. Mann, Mann, Mann. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas zu holen. Oder? Hier ist nichts. Gar nichts. Also, Löwis. Das ist aber schon, hab ich hier. Dass ihr gar nichts habt. Na gut, wir haben trainiert fleißig. Ah. Chaka. Ein Schatz. Und da ist der King. Mr. Terrorist. Halt. Ne, ich wollte... Ach so. Halt. Ich wollte hier mal den nehmen. Ja, wieso geht denn das? Ach, sorry. Schläft der da unten? Na gut, dann schleichen wir uns mal an. Ja, machen wir mal das. Gehen wir erstmal an den ran hier. Nehmen wir erstmal den. Zack. Und dann... Nehmen wir den hier. Ah, der hat mich bisher gewusst. Oh, ich hab die andere Waffe... Na gut. Oh, die ist ja auch cool. Vielleicht sollte ich mal so eine Riesenwaffe trainieren. Vielleicht sollte ich mal so eine Riesenwaffe trainieren. Ich glaub, wir hatten auch schon am Anfang mal solche großen Waffen. Wo ist jetzt der Schatz? Da oben. Das ist eine riesenfette Waffe. Ja, gehen wir mal hier hoch. Warum auch nicht? Mal hoch mit dir. Rinder. Ja, Pfeile. Munition natürlich voll ist klar. Da ist er doch. Einziges Schwerd. Und wieder, natürlich. Ja, blindern, blindern, blindern. Justus. Blindern wir noch ein bisschen. Wir auch. Und weiter geht's. Im Dauerlauf. Da ist wieder ein Schatz. Komm mal hier raus. Ja, aber... Fangi, auch hier geht's nicht? Hallo, Fangi. Will nicht. Jetzt auch? Ja, jetzt. Komm da hin. Und dann gucken wir mal, was wir da Schönes finden. Oh, da sind sie wieder. Was ist denn da los? Zeig mal her. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe überhaupt eigentlich? Nur mal so... ...die ich so aus Jux und Dollerei ausgewählt habe. ...die ich bin bei 45... ...die ich bin bei 45... ...atralalin... ...combo-Multiplikator und Gesundheit bei Treffern. Mittelschnillstark. Welches Seite diese Klinge auch trifft? Es gibt keine Hoffnung mehr für ihr Ziel. Achso, das ist eine. Was macht ihr denn hier? Komm, wir metzen hier mal rein. Ah, wir hauen hier rein. Weg, 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 weg. Ja. Ich schmetze hier alles vor. Der macht mich ganz schön. Komm, ja, Jungs. Na. Haust du ab von mir? Ja, da kann ich auch die blocken. Also die wegkloppen die jetzt sogar. Ja, guter. Mann. Mann. Ihr seid aber auch böse. Hallo? Oh, Breie gleich, komm. Ja. Ja, voll. Oh, die fetzt auch. Die Waffe ist zwar ein bisschen langsamer, aber... Aber macht Spaß. Hier, weil das Schild ist gleich weg. So, wo denn? So, wo denn? Du hier? Ja. Die mit ihren... Na, ist ja gut. Mist, Typ. Versteckst du dich denn immer? Boah. Tschüss, Junge. Attentäter. Ah, die Waffe könnte ich auch noch mal ein bisschen hoch. So, clever. Was denn? Was denn? Was denn? Wo bist du denn hin? Was haut dir ab, hä? Boah, jetzt brenne ich auch noch. Und tschüss. Und tschüss. Schatz. Na, los. Greif zu. Greif dir den Raubtierbogen. Wo bist du denn hin, Junge? Ich will dich doch wegmetzeln. Ja. Das war's. Okay. Das ging gut. Das ging gut. Wir sind jetzt hier unten. Und müssen jetzt hier hoch. Okay. Aber vorher machen wir hier mal Aufnahmeende. Und demzufolge auch Folgenende. In der nächsten Folge gehen wir dann hier hoch. Hier hoch. Weiter hier hoch. Was haben wir denn hier? Eine Nebenquest. Eine Nebenquest. Die hatten wir noch gar nicht. Toll. Dann machen wir eine tolle Nebenquest. Das gefällt mir sehr gut. Das hier ist wieder. Ja, Fundsachen ist klar. Oh, hier haben wir noch eine Nebenquest. Oh, hier haben wir noch eine Nebenquest. Mein Bruder für ein Pferd. Okay. Okay. Also da haben wir das nächste Mal viel zu tun. Das fetzt total. Oh, hier ist noch was. Ein großes Fragezeichen. Hier auch noch zwei. Wo sind wir jetzt? Ja, wir sind hier. Hm. Ich glaube, da könnten wir auch zuerst hier lang gehen. Aber mal sehen. Entscheiden wir dann beim nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis demnächst bei Assassin's Creed Origins. Dankeschön. Und ciao.